Selbstheilung mit dem Praxis-Family-System, geht das? Ja, hi, hier ist Matthias von die Praxis-Family. Die Selbstheilung mit dem Praxis-Family-System, was bedeutet das? Was heißt das Selbstheilung und ist es überhaupt machbar und möglich? Das Praxis-Family-System ist so unser größtes Baby, was wir entwickelt haben über die letzten fast schon zehn Jahre und wir sind ja Therapeuten, ich bin Heilpraktiker, wir haben schon so viel gearbeitet. Ich habe über 20.000 Testungen schon gemacht, wir haben über 10.000 Patienten betreut und die ganze Erfahrung von uns und unserem Praxiswissen ist alles in dieses Praxis-Family-System eingeflossen. Wie kann man sich denn jetzt damit selber heilen? Ist das überhaupt möglich? Na ja, zunächst mal ist es wichtig zu verstehen, dass unser gesamter Körper immer, jederzeit selber heilen will. Er hat immer das Bestreben zu heilen. Das heißt, alle Dinge, die er macht, alle Prozesse, die er macht, dienen immer der Regulation. Er möchte seine eigene Regulationsfähigkeit stets aufrecht halten. Manchmal schafft er das gut, manchmal schafft er das schlecht. Es macht natürlich auch Sinn zu verstehen, wie versucht er das, um dann herauszufinden, wenn Symptome auftauchen. Ah ja, was hat der Körper da jetzt gemacht? Ach schau her, er hat irgendwie die Magensäure reduziert, um sich zu schützen vor den Bakterien, die dort die Darmwand angreifen, die die Magenwand angreifen oder ähnliches. Also es macht irgendwie Sinn, diese Prozesse, diese physiologischen Prozesse zu verstehen, um auch zu verstehen, wie entstehen Symptome. Ein Symptom kommt immer nur zustande, wenn die Regulation des Körpers gestört wird. Ein Symptom hat also immer eine Ursache. Irgendwas ist da, irgendein Stock in der Speiche, der die Regulation stört. Und genau hier setzt das Praxis-Family-System an. Das heißt, es gibt, und das ist bekannt in unseren Kreisen der Regulationsmedizin, es gibt eine Handvoll Faktoren, ungefähr sieben, acht Faktoren, Hauptursachen für die Entstehung von Symptomen. Selten ist es nur eins, was auftaucht. Oft sind diese Symptome, die wir haben, mittlerweile multifaktoriell. Und das heißt, es macht Sinn, diese Ursachen zu kennen, um die Symptome loszuwerden. In der klassischen Schulmedizin wird in der Regel so gearbeitet, dass das Symptom angeschaut wird, dann wird diagnostiziert, es kriegt einen Namen und dann gibt es ein Medikament, das das Symptom unterdrückt. Und das muss man nicht selten ein Leben lang nehmen, um ein Leben lang das Symptom zu unterdrücken. Jetzt, wenn man ein Leben lang ein Symptom unterdrückt, nach einigen Jahren wird das Ganze größer oder wandert in andere Bereiche im Körper und macht plötzlich neue Symptome. Und so kann so eine Krankheitsverlauf, so eine Krankheitshistorie, kann dann über 10, 20 Jahre so weitergehen, bis man irgendwann mal an die eigentliche Ursache rangeht. Leider ganz häufig Themen, die wir in der Praxis betreuen. Ich habe nicht selten Patienten, die 15 Jahre lang eine riesen Krankheitsgeschichte hinter sich haben, bis man dann die Ursachen findet. Okay, was heißt das jetzt? Das heißt, man braucht diese Faktoren. Die Grundfaktoren, um die Ursachen rauszufinden, das fängt an mit tatsächlich ganz banal ungelösten seelischen Themen. Ein seelischer Konflikt kann schwer auf uns lasten und kann unsere ganze Biochemie beeinflussen negativ. Alles mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen. Und es macht Sinn, diese ungelösten seelischen Konflikte anzuschauen. Und dabei geht es jetzt nicht um die, die uns bewusst sind. Die können auch Stress machen, aber die machen aktiven Stress. Auch ein Faktor. Aber es geht um die, die uns nicht bewusst sind, die in uns drin irgendwo schlummern und die der Körper quasi verdrängt hat, weil die Verarbeitung zu der Zeit, als der Konflikt entstanden ist, noch zu schwer war. Deswegen auch meistens Sachen aus der Kindheit. Das kann man rausfinden. Dann geht es um den ganzen biophysikalischen Stress. Alles, was zu tun hat mit Elektrosmog, mit Geopathie, mit Bluetooth, mit all dem ganzen Zeug um uns herum. Das macht Stress und kann Ursache sein für die Erkrankung und dafür, dass das Immunsystem nicht gut funktioniert, dass Hormone nicht gut funktionieren. Dann ist es so, dass wir die Unverträglichkeiten und Allergien nicht vergessen dürfen. Da gibt es ganz viele Lebensmittel, die wir meinen, essen zu dürfen, zu können, weil es ja jeder macht und dabei sind sie für uns oft hoch schädlich. Dann ist es so, dass wir die ganzen Toxine beachten müssen. Das ist ein riesengroßes Spektrum. Das heißt, alles, was zu tun hat mit Schwermetallen, Leichtmetallen, Pestiziden, Herbiziden, ja alles, was irgendwie in Medikamenten drin ist, in Kosmetikprodukten drin ist. Das ist so viel. Da macht es groß, groß Sinn hinzuschauen. Das ist eines der Hauptfaktoren für chronische Symptome. Das nächste sind die chronischen Infektionen. Das heißt, alles, was zu tun hat mit Viren, Bakterien, Parasiten, Pilzen, spielt eine große Rolle. Einmal die Viecher selber, aber auch die Toxine, die die herstellen, können uns komplett aus der Bahn werfen. Dann gibt es noch die ganze Versorgung mit Nährstoffen. Ja, die Frage ist, sind wir ausreichend mit den richtigen Nährstoffen versorgt? Das hat mit der Ernährung zu tun natürlich. Zum einen esse ich umfassend genug und zum anderen hat das, was ich esse, auch wirklich noch alles, was ich brauche. Und genau da ist oft die Krux. Häufig sind unsere Lebensmittel, selbst Bio-Lebensmittel von Hand gestreichelt, sind häufig einfach degeneriert und haben nicht mehr die gleichen Mengen an Mineralien, die wir brauchen. Und zuletzt ist es noch das strukturelle Thema. Es kann sein, dass bestimmte Kieferfehlstellungen oder Halswirbelsäulenfehlstellungen dafür sorgen können, dass Riesenstoffwechselprobleme entstehen. Ja, das sind die Grundfaktoren. Und die Grundfaktoren, jetzt muss man das verstehen, die kann man testen. Das heißt, es ist möglich zu gucken, welcher von den Grundfaktoren gehört zu welchem Symptom und was kann ich dann machen. Und daraus besteht das Praxis-Family-System. Das heißt, zum einen habt ihr das ganze Wissen, dieses ganze Was kann ich da machen? Und zum anderen habt ihr die Möglichkeit, das zu testen. Und zu testen tun wir das über das autonome Nervensystem. Dahinter steckt die großartige Arbeit von Dr. Dietrich Klingert mit der autonomen Regulationsdiagnostik. Und wir haben das ein bisschen runter reduziert, sodass das auch für einen medizinischen Laien möglich ist, das zu lernen. Und dort ist dann die Chance, dass ich das autonome Nervensystem und seine Reaktionen testen kann. Und diese Testmethode erlaubt mir dann eben ganz gezielt Zusammenhänge herzustellen. Wenn ich zum Beispiel einen Kopfschmerz habe und verantwortlich für den Kopfschmerz ist meinetwegen ein Mangel an Magnesium. Wir machen es mal einfach. Wenn ich dann das teste und bringe quasi Magnesium in die Gegend vom Kopf oder in das Feld des Menschen, dann kann es sein, dass sofort das autonome Nervensystem eine Korrespondenz herstellt, eine Resonanz herstellt auf dieser atomaren Ebene und zeigt, ja, das brauche ich. Und das merken wir dann an der Reaktion. Zum Beispiel der Herzschlag wird anders oder der Puls wird anders oder die Muskelkraft wird anders. Und damit kann man dann sehr, sehr genau testen. Okay, schau her, du brauchst das und nicht das. Das funktioniert wunderbar. Man kann das auch nicht bescheißen. Das ist reine Biophysik, die da passiert. Ist also wirklich gut möglich zu lernen. Und das ist das, was wir mit dem Praxisfamily-System einfach vermitteln, schnell vermitteln, für jeden erlernbar. Und damit ist man im Grunde genommen quasi für immer unabhängig von Meinungen von außen. Das heißt, man kann sich die zwar einholen, kann die aber immer prüfen. Und so hat man letztendlich immer die beste Wahl, die beste Chance, sich selbst zu helfen, aus einem Symptom heraus oder zu wissen, was muss ich tun, um gar nicht erst krank zu werden. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wir machen regelmäßig dazu Webinare. Kommt einfach in unsere Akademie rein und schaut mal nach dem Termin dort und dann könnt ihr da teilnehmen und könnt euch noch viel, viel mehr Infos darüber holen und könnt so richtig lernen, wie ihr Profis werdet mit dem Praxisfamily-System. Ciao, der Matthias. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020